Moin mit Danne, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen super duper mega special video. Viele von euch haben damit schon gerechnet, dass es kommt, keiner wusste genau wann, denn ich wurde getaggt. Ja, es wissen schon einige, es war Anfang Februar, als ein gewisser Let's Player auf YouTube meinte, es wäre an der Zeit, dass ich auch mal diesen Video-Kettenbrief mitmachen sollte und ein paar meiner geheimen und intimen Informationen preisgeben sollte. Ja, ich würde sagen, das mache ich mit diesem Video auch. Dieserjenige, dem ihr dieses Video auch zu verdanken habt, ist der gute Dreamcatcher LPs. Ja, Dreamy hat mich getaggt und jetzt seht ihr, was ihr davon habt, also macht sowas einfach nicht nochmal, denn sonst kommt sowas dabei raus. Gut, ich würde sagen, ich erkläre nochmal ganz kurz, was ich hier mache. Und zwar werde ich jetzt zehn Fragen zum Thema Gaming beantworten. Das passt eigentlich auch ziemlich gut auf den Kanal, denn es ist ja auch ein Gaming-Kanal, wie einige von euch schon gemerkt haben sollten. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an und beantworte die erste Frage. Die erste Frage ist, wie alt bist du und wann hast du mit dem Zocken angefangen? Ja, jetzt kommt hier alles auf dem Tisch. Ich bin nicht mehr ganz so alt, aber auch nicht ganz so jung. Ich würde sagen, ich bin so im Mittelalter. Ich bin 23 Jahre alt, wäre dieses Jahr noch 24. Und mit dem Zocken angefangen habe ich... Boah, das ist schwer. Es war auf jeden Fall nicht mit meinem eigenen Zeug, sondern an dem PC von meinem Vater. Der hatte da so ganz epische Titel drauf, wie Commander Keen, Siedler 1 oder nach Lemminge habe ich gern gespielt. Und das war, ich würde so sagen, zehn Jahre alt, neun Jahre alt. Also irgendwie so um den Bereich habe ich mit dem Zocken angefangen. Ja, und mache das jetzt schon ein paar Jährchen dann, ne? Zweite Frage. Was war deine Einstiegskonsole und wie kamst du zu ihr? Meine Einstiegskonsole, also ich weiß nicht, ob Handhelds hier jetzt mit reinziehen, aber meine Einstiegskonsole war der gute alte Gameboy. Das war dieses riesige, graue, klotzartige Ding, was so ein bisschen aussieht wie ein kleiner Ziegelstein. Ich weiß nicht, ob einige den von euch noch kennen. Wenn damit keine Handhelds gemeint sind, dann war meine Einstiegskonsole die PlayStation 1. Genau, wie kam ich zu ihr? Das ist eigentlich bei beiden Sachen recht simpel. Meine Eltern haben es mir geschenkt und zwar jedes Mal zum Geburtstag. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich habe es mir gar nicht so gewünscht, aber irgendwie hatten die wohl gehört, oh, so dieses Gaming und so, das ist wohl ganz cool und das ist wohl jetzt gerade im Kommen und ja, und dann haben sie mir erst ein Gameboy geschenkt und dann eine PlayStation 1. Dritte Frage. Welches Game hast du im Kindesalter gerne gespielt? Welche Games? Genau, Games ist nämlich auch besser, weil es gibt mehrere. Angefangen habe ich ja gerade schon erzählt mit den Spielen bei meinem Vater, so Siedler 1, Commander Keen. Dann für den Gameboy hatte ich das absolut epischste Spiel überhaupt, was ich auch nie durchgespielt habe, weil es so ätzend war. Paperboy hieß das. Da ist man so mit einem Jungen und einem Fahrrad so durch die Gegend gefahren und wurde die ganze Zeit von wild gewordenen Omis oder Hunden verfolgt und getötet. Ja, das Leben eines Zeitungsjungen ist echt hart. Was habe ich sonst noch gespielt auf dem Gameboy? Natürlich im Kindesalter, als es dann zum Color oder sowas ging, habe ich dann Pokémon gespielt. Das Pokémon Rot, absolutes Lieblingsspiel. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich das gesuchtet habe. Mit den neuen Pokémon-Teilen kenne ich mich dafür aber überhaupt nicht aus. Leider, leider. Für die PlayStation 1, die ich ja auch im Kindesalter, würde ich mal sagen, bekommen habe, habe ich ein Spiel gespielt, was ich auch heute noch sehr gerne spiele. Es ist ein absolut gewaltfreies Spiel und das meine ich nicht mal ironisch. Das handelt sich um Harvest Moon Back to Nature. Das habe ich, ja doch, auch sehr gern gespielt, spiele es auch heute noch sehr gern. Das habe ich, äh, einen ganzen Sommer lang mit meiner Schwester gespielt. Also, wir sind in dem Sommer nicht wirklich braun geworden, weil wir die ganze Zeit vor dem Fernseher gehockt haben. Was habe ich noch gespielt? Oh ja, mein allererstes Spiel für die PlayStation 1 habe ich auch sehr gern gespielt. Ähm, Monster Racer. Ja, da ist eigentlich nicht viel zu sagen, dass man Monster und fährt. Also, ich habe immer den, äh, Wehrwolf genommen, bin dann auf so einem Knochen durch die Gegend gesurft. Also, das war schon ziemlich cool, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und, äh, ich glaube nicht, dass das so die berühmtesten Spiele sind, die man kennt, aber das waren so die Spiele meiner Kindheit. Also, genau. Die nächste Frage, viertens. Welche Games spielst du momentan am häufigsten? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also die Let's Play-Spiele sind, glaube ich, das, was ich im Moment am häufigsten spiele, denn das Semester hat jetzt auch mich wieder. Und, ähm, ich komme eigentlich nicht so dazu, viele Sachen jetzt gerade zu spielen. Also, ähm, wenn ich etwas spiele zur Zeit, dann, ähm, na, Skyrim, also Elder Scrolls spiele ich gerade gerne. Äh, Starcraft 2 spiele ich abseits der LPs gerne. Ähm, was spiele ich noch sehr gerne? Oh ja, ähm, ein Spiel, was ich mir jetzt wieder gekauft habe, was habe ich auch so im Jugend-Kindesalter gespielt. Ähm, Gauntlet Legends oder Legends, wie auch immer das ausgesprochen wird, habe ich gern gespielt. Und, ähm, ja, eine traurige Geschichte. Ich habe meine PlayStation 1 einem Kollegen geliehen und der hat sie einem anderen Kollegen geliehen und ich kriege die nicht wieder. Und jetzt ist die ganze PlayStation 1 mitsamt den Spielen und den, äh, Controllern weg. Ja, und da war auch ein sehr cooles Spiel, dieses Gauntlet Legends eben dabei und das habe ich mir jetzt neu wieder gekauft. Übrigens Harvest Moon auch. Das, äh, war ein, äh, äh, also ein Pflichtkauf auf jeden Fall. Was spiele ich sonst häufig jetzt gerade zur Zeit? Moment, ich gucke mal kurz unten in meine Spiele-Sammlung, aber nee. Nee, eigentlich war es das schon so ziemlich. Also, äh, Anno habe ich jetzt gerade immer mal wieder angepackt und ausgepackt, aber so wirklich spielen tue ich gerade nichts. Kommen wir zur fünften Frage. Nenne deine aktuellen Top-3-Spiele aller Zeiten. Okay, äh, ist ja nicht so, dass ich die Fragen noch nicht eingeguckt hätte, aber jetzt muss ich doch tatsächlich mal überlegen. Top-3-Spiele aller Zeiten. Ähm, auf jeden Fall ist unter den Top-3, ich mache jetzt auch gar kein Ranking, weil, äh, das könnte ich, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall ist dabei, äh, Harvest Moon Back to Nature. Also, das Spiel, äh, ist zwar zum Zugucken, deswegen Let's Play ich das auch nicht stinkend langweilig. Also, mit stinkend langweilig meine ich, nur meine Schwester fand's cool und wir haben's stundenlang gespielt. Aber, äh, sie war auch dabei und wir haben dann Geburtstage und sowas rausgesucht. Aber sonst, denke ich, ist das als LP nicht geeignet. Ähm, ja, wie ihr merkt, habe ich da schon drüber nachgedacht, aber nee. Aber das ist auf jeden Fall unter den Top-3. Äh, dann spiele ich gerne, aber eigentlich eher schlecht StarCraft II. Äh, Wings of Liberty für diejenigen, die das Spiel auch kennen, habe ich nicht. Ich spiele, äh, Wings of Liberty habe ich, nein, äh, Heart of the Swarm habe ich nicht. Äh, ich spiele immer noch Wings of Liberty, aber wirklich, äh, sehr miserabel. Das macht aber nichts. Die Holzliga braucht ja auch immer wieder Nachwuchs. Ähm, was spiele ich noch gerne? Ähm, boah, ist schwer. Ist wirklich schwer, aber ich glaube, ich mag Gothic II. Gothic II war so mein erstes größeres Rollenspiel, was ich, äh, ausprobiert habe. Ein erstes größeres, was mit, was auch Spaß macht. Also, ich hatte schon, äh, einige, die total langweilig waren. Aber das, äh, war eins, würde ich sagen, das würde ich auch mit unter die Top-3 tun, äh, stellen. Also, Gothic II. Daraufhin habe ich mir natürlich auch Gothic III gekauft und, äh, bin damit total, äh, ins Wasser gefallen, weil das Spiel absolut unspielbar war. Aber, äh, das ist eine andere Geschichte. So, kommen wir zur sechsten Frage. Von welchem Game hättest du gerne eine Fortsetzung? Das ist eine nicht ganz unknifflige Frage, weil ich von allen Games eine Fortsetzung bekommen habe, von denen ich auch gerne eine gehabt hätte. Ja, also nehmen wir Gothic III zum Beispiel. Das war ja wirklich, wirklich schlecht. Und da kam ja Risen, was mir dann schon wieder gut gefallen hat. Und was jetzt auch okay ist. Und ich weiß grad gar nicht. Hm. Die Siedlerteile gibt's hier auch zigtausende, hunderte. Also, ähm, vielleicht, äh, Harvest Moon. Also, das wär noch am ehesten. Dort gab es nämlich bloß Fortsetzungen für die Gamecube oder für irgendwelche anderen Konsolen, die ich alle nicht habe. Und ich muss auch sagen, die Spiele waren jetzt nicht so bombastisch. Also, dies war jetzt eher langweilig, muss ich sagen. Also, irgendwie, da wär vielleicht noch eine Fortsetzung ganz cool. Muss nicht. Aber auch für so'n PC so ein bisschen grafisch ein bisschen aufgepeppt und einfach hübsch gemacht. Und einfach so ein bisschen wieder, um in die Kindheitstage sich versetzen zu können. Das wär, glaub ich, ganz cool. Aber sonst bräuchte ich keine Fortsetzung von irgendeinem Game. Also, da bin ich recht zufrieden. Die Spiele, die ich gespielt hab und keine Fortsetzung hatten, muss ich sagen, war auch nicht schlimm, dass die keine Fortsetzung hatten. War alles so in Ordnung. Kommen wir zur siebten Frage. Welche Hobbys bzw. Leidenschaften fliegst du neben dem Gaming? Mhm, ja. Ich studiere. Also, ich denke, das ist schon eins meiner größten Hobbys, die ich neben dem Gaming habe. Und, äh, sonst, ähm, bin ich ein bisschen sportlich. Also, ich bin gerne im Fitnessstudio und so'n dieses Muskellaufpumpen und so weiter mach ich gern. Und ich hab eine große Leidenschaft fürs Karate. Also, für die Kampfsportkarate. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Die Bewegung und, äh, einfach dieses... Ja, das ist einfach toll. Das mach ich auch noch nebenbei. Und ich habe eine große Leidenschaft für die Musik. Also, ich spiele selbst und singe selbst auch. Also, ich spiele Gitarre und Keyboard und Klavier und das auch gar nicht mal so schlecht, wie ich bescheidener Pimpfen mal gerne sagen würde. Und das, äh, ist so auch noch mitten an der Hauptleidenschaft. Und sonst so, was man halt normalerweise so macht. Mit Freunden rumhängen, ähm, Shisha dabei rauchen und grillen so im Sommerabend. Das kommt jetzt alles wieder, hoffentlich, wenn endlich der Schnee verzog ist. Dann kann man hier auch auf in der Wohnung sitzen und so richtig schön bei einem Bierchen. Musik machen, rauchen. Also, ich rauche sonst nicht, aber Shisha muss sein. Und das ist auch noch... Ich würde sagen, das ist schon ein Hobby. Wobei, das ist eher so das chillige Studentenleben, was man sich nebenbei noch gönnt. Kommen wir zur achten Frage. Welche Konsolen ein geschlossene Handhelds besitzt du? Handhelds können wir mal anfangen. Da besitze ich den Gameboy und den Gameboy Color. Den Gameboy Color in einem wunderschönen Türkis. Die beiden Dinger habe ich aber nicht in meiner Wohnung. Die sind alle noch bei meinen Eltern, aber deswegen besitze ich sie ja trotzdem auch, wenn ich damit nicht spiele. Die Playstation 1, die Geschichte habe ich ja schon erzählt, die ist weg. Aber ich habe eine Playstation 2, mit der ich auch meine zwei Playstation 1 Spiele spiele. Und ansonsten auch noch ein paar andere Sachen. Die hätte ich noch da. Und das war's. Ja, würde ich so sagen, das war's. Mehr Konsolen, Handhelds habe ich nicht. Ich bin eher so der, der am Computer herum wurstelt. Neunte Frage. Nenne deine Top 3 Spiele-Serien. Ja, das kann ich wohl tun, wenn ich ein bisschen drüber nachdenken könnte. Also Nummer 1 ohne Ranking jetzt. Aber das erste, was mir einfallen würde, wäre StarCraft. Weil da habe ich zwar nur Wings of Liberty selbst gespielt und spiele es auch immer noch gerne und mit Leidenschaft. Aber die anderen Teile habe ich natürlich bei YouTube, Husky StarCraft oder sowas gesehen. Und das hat einfach eine total epische Story und gefällt mir einfach richtig gut. Und mit Heart of the Swarm haben sie nochmal richtig einen drauf gesetzt. Einfach genial, diese Spiele-Serie. Ähm, dann würde mir natürlich noch einfallen Gothic mit Risen eingeschlossen. Die macht auch immer sehr viel Spaß und würde ich auch unter die Top 3 mitzählen. Hm, genau. Jetzt überlege ich gerade, das hört man vielleicht durchs Mikrofon sogar durch, was denn meine dritte Spiele-Serie sein könnte. Ich gucke nochmal kurz. Nicht, dass ihr euch wundert, ich renne gerade hier durch den Raum. Nein, ich sitze mal noch auf dem Stuhl. Spaß beiseite. Boah, das ist echt hart. Boah, als drittes würde ich sagen, also es ist vielleicht nicht, äh, ich weiß nicht, ob es unter die Top 3 gehört, aber ich habe es früher sehr gerne gespielt, Stronghold. Ähm, ja. Wobei ich da jetzt, muss ich sagen, habe ich schon ewig nicht mehr gespielt, aber mir würde gerade auch nichts anderes einfallen, weil alle anderen Spiele-Serien, die ich noch gerne spiele, sind alle so mit auf dem gleichen Niveau, wie zum Beispiel Herr der Ringe, der Schlacht um Mittelerde oder, ach, keine Ahnung, ich gucke mal kurz, ähm, die Elder Scrolls-Serie zum Beispiel und so. Also das habe ich alles gern gespielt. Ich wüsste jetzt nicht, was meine dritte Top-Spiele-Serie ist. Hebt sich nicht sowas besonders heraus. Gut, die zehnte Frage, wobei es ja keine Frage ist, sondern finde abschließende Worte zum Thema Gaming. Tagge ein bis drei Gamer und beende das Video. Ich würde sagen, das tue ich dann auch so gleich. Abschließende Worte zum Thema Gaming. Das ist gar nicht so leicht, weil ich wahrscheinlich genau das gleiche sagen werde, wie alle anderen auch, aber ich finde, das ist wichtig und es kann auch gar nicht genug gesagt werden. Also Gaming ist ein super Hobby, es macht Spaß und es sollte vielleicht ein bisschen mehr in der Gesellschaft etabliert werden. Oder es sollte einfach, ja, nicht mehr mit diesem blöden Klischee des Nerds oder so vor, ähm, äh, äh, ja, bevorurteilt werden. Schönes blödes Wort, aber mir ist gerade kein anderes eingefallen. Ähm, es sollte einfach so zur Gesellschaft dazugehören wie alle anderen Hobbys auch. Und es sollte nicht als Zeitverschwendung angesehen werden oder einfach, ja, es sollte einfach respektiert werden, dass es das als Hobby gibt, dass einige das gerne machen. Ich würde sagen, es machen sogar sehr gerne sehr viele. Und das sollte vielleicht einfach in den Köpfen der Menschen, vor allem älterer Mitbürger, einfach rein und, ja, es sollte als Hobby neben anderen anerkannt werden, weil, äh, ja, das fände ich gut. Damit sage ich nicht viel Neues, aber ich denke, je öfter gesagt, desto besser. So, der zweite Punkt des zehnten Abschnitts ist Tagge ein bis drei Gamer. Habe ich lange drüber überlegt, wen ich denn taggen könnte. Und, ähm, ich bin tatsächlich zu einem Ergebnis gekommen. Ich werde drei Gamer taggen, die selbst Let's Player bei YouTube sind. Und ich finde ihre Kanäle einfach absolut total genial. Also ich finde, die machen ihre Sache richtig, richtig gut. Ich gucke mir ihre Videos auch gerne regelmäßig an. Und, äh, ich finde sie super. Also, den einen, Numero Uno, würde ich mal sagen, ist Stixi. Der hat mir selbst auch häufig aus der Patsche geholfen. Der hat mir Thumbnaids gemacht für Deponia. Der hat mir, ähm, das Design für meinen neuen Kanal gemacht. Und der ist einfach ein total lieber, dufter Typ. Und, äh, das belohne ich jetzt damit, indem ich dich tagge. Also, Stixi, mach dir nichts draus. Du bist jetzt trotzdem dran. Den zweiten, den ich taggen würde, den findet ihr ganz oben auf meiner Abo-Liste. Das ist der gute, alte, liebe Brofax. Äh, macht super Videos. Auch nicht so alltägliche Sachen, jetzt bis auf Minecraft, aber sonst auch spezielle Sachen. Und ist einfach richtig, richtig gut. Und ich würde sagen, lieber Brofax, du bist auch dran. Und, äh, als drittes würde ich jetzt in dieser lauteren Männerrunde eine Frau taggen. Die habe ich hier auf YouTube kennengelernt als, äh, auch als Letztplayerin, als ich mit meinem Kanal angefangen habe. Da war die schon gut und richtig fett im Geschäft. Und die ist auch richtig, richtig super. Finde ich beeindruckend, was sie auf die Beine gestellt hat mit ihrem Kanal. Und ihre Projekte sind einfach genial. Also, super, super, super. Gefällt mir richtig gut. Ihr findet sie nicht in meiner Abo-Box, was ich vielleicht mal ändern sollte. Aber es ist die liebe LP Softcake. Genau. Softcake, ähm, Softie, ich würde gerne, dass du auch ein Tag-Video machst. Denn hiermit bist du auch offiziell getaggt. So. Ich denke, das war's. Ja. Ich hoffe, Sie sehen uns bei einem meiner nächsten Videos, was wahrscheinlich wieder ein Gaming-Video sein wird, im Gegensatz zu diesem hier. Naja, wie auch immer. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao.